So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Max Out Monday. Da ist der Hannes, guckt mal wie der Hannes da ist. Moin. Ja, guckt mal was der Hannes alles auf dem Tisch stehen hat. So, da müsst ihr Pause machen und das Bild vergrößern, dann ist alles verpixelt. Wir wollen heute wieder was maxen. Es ist Montag, wie schäbig sieht denn das Bild aus? Ich mach mir hier das Licht an. So, sieht immer noch schäbig aus. Es wird immer schäbiger. Ja, passend dazu jetzt Blaulicht, genau. Max Out Monday, Montag, Tradition. Seit Hong damals immer das Max Out Monday Format entdeckt. Dann hat er nichts mehr gemacht. Ich hab das dann fortgeführt. Jede Woche max ich sechs Pokémon. Ein Titel-Pokémon, was ich mir selber raussuche. Fünf Vorschläge aus der Community. Deswegen müsst ihr hier immer fleißig kommentieren, die Videos. Welches Pokémon ich mal maxen soll. Wenn ich ein 100% habe und genügend XL, dann werde ich dies tun. Wir haben natürlich so viele Folgen und so viele Pokémon schon gemaxt, dass man da leicht den Überblick verliert. Deswegen ist es spannend zu sehen, ob wir es überhaupt schaffen, in den Kommentaren sechs Vorschläge erfolgreich unterzubringen. Oder ob ich irgendwann mal improvisieren muss. Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen, weil ja das Go-Fest war in Osaka, London, überall hin und her. Ich hab mal gezeigt, dass ich jetzt ein Level 1er, 100%iges Lucario habe, wo ich letztens erst das Riolo bekommen hab. Und eigentlich wollte ich das Riolo hochziehen und entwickeln. Jetzt brauche ich das nicht mehr. Das Lucario kann so bleiben. Jetzt habe ich die Familie da voll als Special Max Out Monday nach dem Go-Fest, den ersten Divan, einfach Lucario hochziehen. Das wäre bestimmt richtig fett gewesen. Aber in den Kommentaren hat einer Koalilu vorgeschlagen. Und das ist auch ein ganz besonderes Pokémon. Und bevor ich zu dem dann sage, nee, das mache ich nicht. Das hebe ich mir für irgendwann auf. Nehme ich halt heute Koalilu als Titel Pokémon für euch und mache mit Lucario ein extra Video. Weil mir das einfach so viel bedeutet, dass das jetzt endlich fertig ist. Deswegen gebe ich hier mal ein, vier Sterne und Koalilu. Dann haben wir nämlich dieses kleine Koala-Pokémon. Und ich frage mich, wann das das nächste Mal kommen soll. Das war ja an dem Schlafwochenende da. Da war bei uns das Geburtstagswochenende, wo wir an der Werra waren, unter der Brücke waren. Wo wir bivakiert haben mit Bier. Und mit Waki war auch da, genau. Da gab es Koalilu als Event-Spawn. Da gab es Showcases mit Relaxo. Ich habe 100% Koalilu bekommen. Ich habe 304 XL Bonbons. Fragt mich nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe ja Geburtstag gefeiert. Pupsi hat zu Hause geregelt alles, dass das seinen Gang geht. Und jetzt möchte ich dieses Pokémon maxen auf Level 50. Hannes, was meinst du, wie hoch kommt ein Koalilu von den WP? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000? Irgendwas dazwischen. Um die 2.000. Um die 2.000. Es kommt auf sage und schreibe 2.919. Also erreicht fast 3.000 WP. Das finde ich auf jeden Fall krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte auch vielleicht so 2.300 oder so genommen. Das sind nochmal genau 600 mehr. Also fast die 3.000er Grenze. Wenn du siehst, was früher für Brecher da waren, die die 3.000er Grenze erreicht haben. Und jetzt dieses kleine, süße Koala-Bär. Oh, ist das süß. Wenn du da drauf drückst und es kurz so schnauft und atmet. Erinnert mich an Jonas. So. Der kleine Jonas Habanero. Hier müsste man Jonas nennen. Mach mal nicht. Ist nämlich ein Weibchen. Und deswegen können wir das nicht Jonas nennen. Das ist mein Titel Pokémon. Jetzt gehen wir mal in die Vorschläge, die ihr gemacht habt. Und schauen mal, ob wir noch 5 Stück finden, die wir machen können. Als erstes ist hier Kirstin dabei. Ihr ist ein Galalavados abgehauen. Glückwunsch. Und sie schlägt Plibrin Power vor. Gehen wir also mal direkt hier rein. Tippen Plibrin an. So. Und ich glaube, am letzten Mal haben wir schon gezeigt, dass wir also Empoleon gemaxed haben. Dass wir Plinfa gemaxed haben. Und wer schlau ist, habe ich gesagt, schlägt einfach Plibrin vor, weil das geht safe. XL sind noch da. Dann ist diese Familie auch voll. Sie hat Plibrin vorgeschlagen, weil sie ist schlau. Wenn ich da gucke, was der Jochen immer macht, da denke ich immer, er ist total geisteskrank. Aber ich möchte ihm nicht zu nahe drehen, weil vielleicht ist das ja wirklich. So. 100% Plibrin Level 50. 923. Da kommt das, selbst das Empoleon kommt gerade mal auf 3200. Da hat fast der Koala schon mehr. Muss man sich mal vorstellen. Also diese Familie ist jetzt auch komplett nicht mehr vorschlagen. Das war ein Vorschlag von euch. Noch vier Vorschläge aus der Community können wir mitnehmen. Miku sagt, mein Vorschlag wäre Amarino. Da weiß ich ganz genau, als sie damals eingeführt wurden, habe ich die Endstufen. Sind wir jetzt im Auto oder was? Die Endstufe. Habe ich die Endstufen gemaxed bei beiden? Die Vorderstufe dürfte noch nicht gemaxed sein. Es wäre also schlau gewesen, weil ja das jetzt im Event kam mit Shiny-Einführung, dass man diese Pokémon vorschlägt, die im Event jetzt da sind. Denn da hat man sicherlich die XL ein bisschen pushen können. Also Amagaga ist schon auf 50 mit 3100 noch was. Amarino ist nicht auf 50, wird jetzt aber auf 50 gemacht und kommt dann auf 1541 WP. Das ist sehr schön und habt ihr auch oben den Schweif gesehen, also das, was es da auf dem Kopf hat, wie das die Farbe verändert, wie das plötzlich leuchtet. Das kriegt auch wieder den Level 50-Tech 100%, ob auch jemand Balgoras vorgeschlagen hat. Und Jochen Strehl schlägt vor, äh, Abra, jetzt ruft Pupsi an, jetzt kann ich nicht. Wir gehen mal rein bei Abra. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, wir haben Simsalah auf Level 50. Wir haben Kadabra auf Level 50. Und wir haben Abra, was wir jetzt auf Level 50 machen, damit wir diese Familie auch voll haben. Jochen ist also doch nicht komplett, der hat sogar aufgepasst. Wir haben jetzt dieses Abra-Gemax, damit ist die Abra-Familie voll. Aber was Jochen dann immer macht, was ich nicht verstehe, wenn er einen sicheren Hit hat, weil er guckt und dann das vorschlägt, warum er danach immer noch 50 einzelne Kommentare mit irgendwelchen Bockmiss hinschreibt, die alle nicht passen. Als ob er das absichtlich macht, um halt immer zu ärgern. So, Abra war der dritte Vorschlag, das heißt zwei Vorschläge haben wir noch. Jochen, 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 Benjamin, dann schlage ich Balgoras vor zum Mexen. Und da haben wir auch wieder einen Hit, denke ich mal, weil ich habe ja nur die Endstufen gemaxed. Also Balgoras müsste auch funktionieren. Hier, Mondagoras ist auf 3,5. Balgoras ist hier bei 1,4. Kriegt jetzt hier den Rest noch drauf auf 1,800. Und damit ist dieser braune Dino höher als der blaue Dino. Kriegt hier Level 50 Tag. Das war der vierte von euch. Wir haben noch genau eins übrig. Jochen, 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 Jonas, Lavs, Ches. Balgoras Amarino ist mein Vorschlag. Ja, die haben wir beide gerade schon gemacht. Dann kommt Jochen, 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 Jochen. Tobias Reuter, Bliebrin. Leider zu spät, ist heute schon dran gewesen. Grüße an das Erdnuss. Oh, Sammy. Mein Vorschlag wäre Cognodon. Feier deine Videos. Das sieht aber sehr gut aus. Cognodon kann sein. Bin mir unsicher. Also Rameidon ist auf jeden Fall schon gemaxed. Habe ich Cognodon auch schon gemaxed? Boom! Nein, habe ich nicht. Oh mein Gott. Und dann sehe ich, ich habe es komplett verkackt. Weil wenn Cognodon jetzt gemaxed ist, ist das der fünfte Vorschlag. Das heißt, wir sind gar nicht in den Vorschlägen bis zum Koalilu gekommen. Und ich hätte eigentlich Koalilu gar nicht machen brauchen heute, weil wir jetzt ja eigentlich fertig sind und jetzt mehr aufheben können für ein anderes Mal. Aber ich werde Lucario trotzdem anders machen. Wir haben Cognodon jetzt hier auf 2058. Das ist der fünfte Vorschlag. Dann wäre hier noch LP Leon. FM oder wo willst du hier? Schenaya hat was vorgeschlagen. Der Vincent Weidler hat was vorgeschlagen. Du bist das Titel-Pokémon. Vincent Weidler. Grüße gehen raus. Da ist noch Balou. Da ist ein Jusa. Da ist ein Dennis. Ein Speedlion. Ein Pascal Lange. Mali. Scheinux. Scheinux. Timo. Ruger. Ruger? Gibt es da keine Ü? Hm. Ruger. Okay. Das waren jetzt alle Pokémon. An den normalen hat sich hier nichts geändert. Wenn wir da drauf gehen, seht ihr, die Top ist immer noch die gleiche. Die Top Ten. Louis ist auf Platz 1. Das waren 6 Pokémon. 6 gemaxte Pokémon. Wer jetzt nicht dran war mit seinem Vorschlag, gebt nicht auf. Schreibt nochmal einen Kommentar hin, wenn ihr jetzt aufgepasst habt. Ob ihr eine Lücke entdeckt habt, die man noch machen kann. Schreibt es drunter. Denkt euch was Neues aus. Wenn eure alten Vorschläge nicht dran waren, schreibt die nochmal hin. Ich werde das wieder 15 Uhr, Punkt 15 Uhr raushauen. Dass jeder immer weiß, Montag 15 Uhr, Max Out Monday, schnell hin einen Kommentar schreiben. Damit die Ersten eben Glück haben oder wer halt nicht aufpasst, dann Pech hat und hinten trotzdem noch was reinkommt. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Tschüss Hannes. Tschüss. 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 Tschüss.